Ja, zwar diesmal mit wenig Frames, aber das kriegen wir schon hin. Hinkriegen tun wir es auch mit einem Frame. Ja, ich habe gerade variiert zwischen 13 und 30. Das kugelt ein bisschen gerade aber. Und warum? Ja, ich habe einen Conventor laufen gerade. Schämst du dich nicht? Ich mache ja gerade nicht anfällige Sachen, also von daher. So. Ich will ja nicht wissen, wie Mikes Rechner läuft. Überhaupt nicht. Der würde absterben beim Rendernde. Ja, meiner stirbt ja schon bei einfachen Sachen ab. Aber der hat schon einiges hinter sich. Muss ich auch schon sagen. Ich glaube, viele der anderen PCs sind schon längst tot gewesen. Dass der Gott noch läuft. Mehrere Stromauszahl hinter sich. Ich würde normalerweise den PC abkönnen. Aber nicht so ein Stromschwankungsteil. Strom weg. Und gleich auf der gleichen Sekunde wie er an. Nicht sehr gut. Nicht gut. Schon gar nicht, wenn es so oft hintereinander passiert. Ja, da gebe ich dir einen Tipp. Eine Überspannungsschutzsteckerleiste. Das war ja nicht wegen der PC. Das war meist wegen dem Herd. Das ist ja ganz so. Ja, aber ich meine, wenn du zwischen dem PC hast und so, da ist schon mal ein bisschen Sicherheit mit drin. Ja, das passiert das schon nicht mehr. Den Herd haben wir schon. Denen gekriegt. Aber es dahin war der PC schon wieder. Ne, aber ich meine, das solltest du am besten, wenn du 9 PC mal haben solltest. So eine Steckerleiste mit Überspannungsschutz, das variiert dann. Das soll das nämlich Puffern dann. Im Übrigen habe ich eine kaputte Axt, ne? Ja, einfach eine Briefkasse einwerfen. Ja. Machst du grad irgendwas? Ähm, ich laufe grad zu dir hinten. Ja. 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 Ja, Grad. Ah-so. Das ist das ruckis... Ne, du編gelst halt.. Du musst da über diese schwarze Brücke. Also über die Oksidanbrücke. Und das ist ein Briefkasten. Star. Einfache dann feuern. Keine Werbung. Oh, hi-he. Kein Werbung! Einfach Schrott, das kannst du einfach abliefern Oh, meine gute Schaufel Meine gute Schaufel, die behältst du dir mit Sicherheit Nö, ich hab selber gute Schaufeln Okay, nicht mit So, ich hab hier eine, die hat Battle unerwünscht Glück 3, Effizienz 5 Da hab ich noch Haltbarkeit 3, Glück 3 und Effizienz 5 Diamantenschaufel In Gutsamkeit 1 hab ich noch eine Also behalten werde ich sicher nichts Ein Tipp, den ich dir geben könnte, du könntest hier mit der Hecke was bauen So ein bisschen rechts da rum, so ein bisschen abgeschirmt Wofür? Lass das doch einfach so, wie es ist Würde besser aussehen, das ist nur so ein Tipp Ich will es aber nicht so Ich wollte dir nur als Tipp sagen Ich will es aber nicht so Ich glaube, ich werde einen Stall weiterbauen für die Hähnchen Ich glaube, ich werde einen Stall weiterbauen für die Hähnchen Das Stückchen ist aber immer noch da Sehe ich gerade Diesen Riesenstrich Den du da unten gelaufen bist Auf der DIN Map Ich hoffe, der Rennenprozess ist mal weit fertig Ich glaube, der misslingt auch nur, wenn du zum Beispiel zu viel Arbeit auf dem Prozess haust Da ist auch logisch, da macht er mehr Fehler Nobody ist perfekt, nicht mein PC Wenn du würdest L2 zocken, nebenher noch Rändern und dann noch Minecraft Ich glaube, dein Rechner würde abbrechen Ich weiß nicht, ich habe draußen einen Haufen rumschwürgen sind irgendwo Die rennen dir weg, die wollen dich nicht mehr Du behandelst sie nicht gut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nö, nö, eigentlich, das ist nie das Problem Aber So ein Wasser im Gehege ist zwar nicht schlecht, aber funktioniert es scheiße Obwohl Die backen sich so unten mal raus, ne? Ja, das schätze ich mal Wenn ich könnte hier innen das Wasser legen, dann haben sie was zum Trinken als Beispiel Wenn das könnte man so bildlich darstellen, man weiß Ach man Kein Bildschirm schon Ich hab' ich bei mir deaktiviert Ja, nicht hier auf dem PC, sondern auf dem anderen Ja, naun Die sind eigentlich nur zur Dekoration da Na komm Butt, 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 butt So Ich berg' gerade wieder eine Sache Hm? Jetzt drück' ich jetzt auch schon auf O statt auf was anderes Ja, ich muss nicht echt für das Rücken heute ein bisschen entschuldigen, aber Ich mein, das muss manchmal sein, weil Sag mal so, die Abonnenten wollen ja auch wieder was Neues Denn aus diesem Grund muss ich auch mal ein bisschen was rendern Sonst krieg' ich nicht so schnell alles hoch Ja, krieg' mich da jetzt noch deinem Hut auf Deutsch Ja, äh, versuch du mal irgendwelche, äh, Parts irgendwie hochzukriegen Wenn die Dinger drei bis vier Gigabitzen Ich hab' jetzt zwei PCs Was hast du? Ich hab' jetzt zwei PCs Na, warum nutzt ihr da denn anderen nicht? Weil der von meinen Eltern ist Aber da könnte ich locker was drauf machen Wenn ich frage, krieg' ich das locker hin? Aber du hast ja nicht mal mehr die Möglichkeit mit nem anderem PC Ich mein' der Oma hat gehen Denk' ich mal Ich hab' doch noch meinen anderen Pfoten hier stehen, Tower Na ja, verwenden kannst du den glaub' ich nicht, oder? Ähm, Betriebssystem ist noch nie glaub' ich drauf, oder? Beziehungsweise die Treiber für noch alle Ja, dann mach' ich mal rufen und dann kannst du da deine Videos rendern und hier halt zocken, oder andersrum Normalerweise sollte der PC das einfach abkönnen, aber Du siehst Mach das? Nee, er kann das nicht, also Ich schätze ja eher, ich schätze ja eher, das ist das Renderprogramm hoch Weil Äh, wenn jetzt ist ne Free-Person Komisch, dass es immer funktioniert, wenn du nichts da nebenbei machst Äh, beim Spiel hier, ohne Renderding, läuft's ja tadellos, alles, da kann ich mehrere Spiele doof lassen Aber das Renderding verbraucht richtig Prozessoren, also der nimmt alle Kerne komischerweise Ja logisch, das macht er automatisch Das macht fast jedes Programm Ähm, äh, es wird nicht, das hat nur einen Prozessorkern immer Äh, ich mein' damit jedes Programm, das rendert Das ist normal Soll ja auch schnell fertig werden Ja, aber ich meine, äh Ist auch nicht dabei gedacht gewesen, dass du renderst und gleichzeitig irgendetwas mit dabei zockst Äh, für was hab ich nen Hochleistungsrechner? Aber, kann auch da rechnen jetzt hier, wenn das Programm alles nimmt, dass er was er bekommt Äh, ähm Hm Ich weiß Aber jetzt bleiben sie glaub ich drin, jetzt hab ich den Fehler erstmal entfernt, gut Ja, bei mir kommt sie überhaupt nicht raus Ja, bei mir eigentlich auch nicht, aber Nö, eigentlich auch nicht, ich hab mal das letzte Mal gesehen Das ist ein Neues, ich hatte nur einen, äh, ich hatte eigentlich nur 5 Was haben wir Was haben wir? Rasen wir erstmal der ganze Viecher durch das Haus Komm her, Hähnchen Komm her, Hähnchen Komm her, Hähnchen Ich hab ja eher was anderes zu bekommen Obwohl ich mach jetzt mal schon was an, ich mach jetzt mal schon hell Hm 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 Aber ich sag mal, ich sag mal ernst, äh Warum's so ruckelt, ist nie der Prozessor das Problem, sondern die Grafikkarte Weil, weil letztendlich bearbeitet jetzt alles die Grafikkarte Ich versuche hier gerade ein sehr seltenes Tier zu Farmen Ich versuche hier gerade ein sehr seltenes Tier zu Nein Den Mike Den Mike Äh Den kann man nicht farmen Den will auch keiner Den will auch keiner Spaß Ja, besonders nie als, 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 alsjenigen, der sich was leidend mit nichts wieder gibt, ne Pfff Hm Also. So, ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Tag.